Naja gut Ich probier's trotzdem, ich kann hier wenn das Trend selber variieren Egal, probieren wir's Ich will ja keine 20 Runden fahren Ich will 8 fahren, 12 mit den harten und dann ziehen 8 wieder mit den anderen Bisschen Gas kommt Ja, bin gespannt die erste Kurve hier Also 8, 12, 8 dachte ich mir Boah So, lass uns aber nochmal starten Aber lass mal, das ist realistisch halt Ich wär gerne in Force India gefahren, ich mag den Hülken mal gar nicht sehr, aber Ich wär doch zu schwarzes Team Also dieses Jahr für die Besse wäre Ja, genau so dachte ich mir Weich, hart, weich Und dann kann ich vielleicht auf Gemisch fett fahren Endspurt aber Ich hab's mir, glaub ich, eh schon versaut In einen Ausrutscher Aber egal, weiter geht's Die 2 Die 2 Die 3 sind Nur bekriegen dann vorne Das passt schon Ich komm dann schon Dann Daniel kriegen wir schon Und den Nico Wird doch gelacht oder Irgendwie nicht kriegen wir nach vorne Außenbahn überholt Jawohl, die Nico Wenn ich mich nur an die Gänge erinnern Wenn ich hier nicht nehmen muss 5 bleiben Langsam fahren Einlenken Vollgas Die 2 3 4 4 5 5 6 7 7 10 11 11 12 So Obwohl wir Voll ausgebremst Aber jetzt geht die Reife wieder noch mal Im Qualifying Was echt Sehr seltsam Komplett durchgedreht Jetzt kann ich sogar Vollgas geben Es passiert nichts Hey Andi Schönen guten Morgen Na? Er ist eben aufgestanden Aber das Auto ist schon schwer Jetzt mit dem Sprit Boah Deswegen geht es mit dem Beschleunigen auch besser. Aber hey, ich sehe das Spiel mal so als Übung an für 2015. Mal schauen, ob ich das dann besser hinkriege. Aber die Pedalen im G27 sind schon widerstandsfähiger als im anderen Lenkrad. Also, ja, als die anderen Pedalen. Fünfter Gang halten, fünfter Gang. Ja, du hast getrunken, du bist aus dem Fenster gesprungen, bist du nicht geflogen? Sergio, auf geht's hier, Sergio. Ich hole mal ein, hier, oder? Aber jetzt fängt es schon wieder so an, zu vibrieren, das Auto. Also, das stottert total. Ich kann es dann einfach so schnell abbauen. Die ersten zwei Runden waren super. Ich habe mal schauen, ob ich es besser hinkriegt jetzt. Jetzt wird er mich, glaube ich, wieder abhängen, hier in den Kurven. Nein, nein, nein. Hey, das darf es überhaupt nicht Vollgas geben, Leute. Das ist sowas von krass. Boah, ist das böse. Alter, der ist das aggressiv, hier mit den Reifen, hier. Da muss ich mich erst dran gewöhnen, Leute. Dass ich jede Runde anders fahren muss. Der bestimmte S- und die Meere, Hülki. Das hat aber 47% Regenwahrscheinlichkeit. Schauen wir mal. Das wäre doch bestimmt lustig, wenn es wegen würde, müssen wir alle wechseln. Wie hier mal aufholen, in dem Stück und dann in den schönen Bullkurven, wie hier mal sagt. Hänge mich dann ab. Kann es sein, dass ich hinter ihm weniger wieder den Klau, oder? Wenn ich in seinem Scheiß so drin bin. Ist das so journalistisch gemacht? Ja, ich probiere jetzt Andy. aber geht passt ich weiß wie einfach noch später vollgas geben sagt es müssten die erste sein als einer das film ich muss nicht schlafen gehen dann gehen morgen früh muss raus frühstück und scheiße sehr gerne manuela und merce wirst du mal schon es hat ja ein bisschen spaß gemacht hier dann schlaf schön träumen sie es und oje im vier uhr wecker ist kacke du arme lass dich nicht ärgern bis zum nächsten mal und und ja weil es nicht weil es noch die alte engine ist für next gen kommt dann im märz raus also ist quasi noch das alte spiel im märz kommt dann ungefähr im märz appell kommt dann hier für die next gen raus krass jungs ich hab voll konzentriert mich wieder mit überholt hier ja und ich hab dir erst wirklich nah hinter ihm war genau ist es nur so ein vier 2014 und 2015 sollte dann in einem halben jahr rauskommen dann auch für next gen mit ganz neuer engine und schmal schauen wir mal also ich erwarte mir sehr viel davon dass wir das erste gefühl kriegen hier ja so geht's in 15 minuten leichter regen ich hab's doch gesagt heute es wird noch ein spannendes regenrennen also sprich chaotisch für die next ich hab mir ich hab ja blödsinn aufgesammelt fehlen das war noch tolle zeit auch so fangen wir ja auch die war fängt wird ja auch die schule morgen an montag du bist auch aus Nordrhein-Westfalen der die Ferien hatten eine der Ferien geschädigten also die minute schafft man nicht hier da mag ich vorher schlapp ja da war ich ein bisschen so schnell hab ich gesehen aber so schlecht fühlt sich der Reifen sich an ich glaube ich fahre noch eine Runde dann kann ich eine Endspur dann kann ich eine Endspur